Das Feuer zu bändigen, um es den Menschen im Haus nutzbar zu machen. Die Faszination der Flammen behaglicher Strahlungswärme und Nachhaltigkeit. Das ist der Auftrag, dem sich die Firma Rüeg Schmine in Hinwil seit über 60 Jahren erfolgreich verschrieben hat. Das Küchenfeuer Kuckkuck, der Kamin Kubeo, Sie stehen aktuell ein für den Innovationsführer mit Geschichte. Der Vater hat sich sehr schnell vom Plattenlegen und vom Kachelofenbauen verabschiedet und sich auf den Schminebau konzentriert. Schon nach vier Jahren der Selbstständigkeit hat er festgestellt, dass die Effizienz der Feuerstelle verbessert werden muss. Zu viel Wärme gehe mit dem direkten Zug durch den Schornstein verloren. Er hat schon immer an Verbesserungen getüftelt. Und dies sind die Zeugen einer Erfolgsgeschichte. Das hier ist tatsächlich das älteste Gerät in unserem Archiv. Und zwar aus den 70er Jahren. Man sieht es hier mit der Fahrradkette. Damit lässt sich die Scheibe hoch- und runterschieben. Da versinkt man in die Geschichtsbücher der Firma Rüeg. All das wird aufbewahrt, weil sein Kunde selbst nach Jahrzehnten noch einmal ein Ersatzteil braucht. Doch die Firma Rüeg schaut viel lieber in die Zukunft. Insbesondere die Holzkamine haben den Vorteil, dass sie mit heimischen Energieträgern betrieben sind, nämlich mit Holz, welches hier geschlagen und auch hier zur Verfügung gestellt wird. Holz als klimaneutraler Brennstoff kann einen Beitrag leisten. Nicht einen alleinigen Beitrag, aber es kann einen hilfreichen Beitrag leisten zum ganzen Energiemanagement der Wohnräume. Von dieser Seite betrachtet, glaube ich, haben wir einige Trumpfkarten als Holzfeuerungsanbieter in den Händen. Rüeg entwickelte die ersten geschlossenen Holzheizsysteme und ist seitdem Branchenschrittmacher geblieben. Mit dieser Tradition haben wir Mitarbeitende, welche seit vielen Jahren bei uns arbeiten. Wir können auch mit gutem Gewissen sagen, dass sich unsere Firma wie eine Familie anfühlt. Komfort-Lüftungsanlagen, Zentralheizungsanlagen, Niedrig-Energiehaus. Überall kann das Holzfeuer eine energetisch sinnvolle, autarke und ästhetische Ergänzung sein. Der Rüeg Cubeo ist unser Flaggschiff im Sortiment. Bereits vor einigen Jahren wurde Cubeo als Rüeg Innovation eingeführt. Dank seiner Superpositionierung als vierseitig offenes Gerät ist es das einzige auf dem Markt, welches vollständig geprüft ist. Das ist ein sogenanntes R3-Gerät der Serie Flexline. Flexline, wie es der Name sagt, bietet die Möglichkeit, das Gerät als frontoffenes, zweiseitig offenes oder dreiseitig offenes Gerät anzubieten. Das Gerät eignet sich als Warmluftanlage, welches mittels Luftkonvektion den Raum rasch beheizen kann. Auf der anderen Seite kann ich das Gerät genauso gut als Speicheranlage installieren. Natürlich ist die Flexline vollständig für beide Systemarten geprüft. Das Gerät aber genauso gut installieren als Speicheranlage. Das ist unser Schritt in eine nächste Generation im Bereich der Wohnraumfeuerung. Es ist das Rüeg Ambien Fire. Ursprünglich entwickelt für Bars, Restaurants und Hotels, kreiert das Rüeg Ambien Fire die behagliche Atmosphäre ohne Hitzeentwicklung und wartungsintensive Betreibung eines echten Feuers. Ich brauche kein Holz zu schleppen, auch das Nachlegen von Holz erübrigt sich und zu guter Letzt entfällt sogar die Reinigung. Ein echtes Feuer wird visualisiert und mittels Reflexion im Sinne eines Hologramms zeigt sich ein echtes Feuerspiel. Ein altes Haus in Gösikon. Seit sein Eigentümer das Küchenfeuer Kuckkuck 2005 in seine Küche integrierte, glühen nicht nur regelmäßig Holz und Grillkohle, sondern auch seine Begeisterung. Wir hatten früher einen Holzherd. In diesem Haus wird seit über 400 Jahren mit Holz gekocht. So schwarz wie die Wände der oberen Geschosse aussehen, zog vermutlich der Rauch quer durchs ganze Haus. Die Balken im Estrich sind Kohlenraben schwarz vom damals aufsteigenden Rauch. Seit den 14 Jahren mit Kuckkuck sind und bleiben die Wände und Decke weiss. Mit Kuckkuck hat man den ganzen Abend etwas von seinem Holzherd. Speziell mit Gästen legen wir nach dem Kochen nochmals Holz auf für ein gemütliches Feuererlebnis. Der Kuckkuck. Behagliche Zweckmässigkeit. Dank innovativen Ideen von Rüeg Schminé. Amen. 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 Vielen Dank.